Was habe ich nun begriffen? Ich habe begriffen, dass es Frau Au gibt, mit oder als dieser Körper, die ihre Produktergebnisse immer geschleckt sauber halten, weil nichts anderes von Relevanz ist. Und es gibt Ufos wie diese da oben, da. Und es gibt Manoman als diese Körper mit der immer je einzigartigen einzelnen Chance der getakteten Zeitlichkeit. Und es gibt Bewusstsein davon, obwohl es das eigentlich ganz unmöglich geben dürfte, ob ansichtig machen, diese absurden Widersprüchlichkeiten in sich. Vielleicht kommt die Sonne ja doch noch raus vor ihrem Untergang, bevor sich die Ufos wieder verzogen haben.